Tag und willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal richtige High-End CPUs an und zwar Threadripper 3000, die ja nach Ryzen 3000 rausgekommen sind. Ryzen 3000 hat ja Intel bereits gezeigt, wo es lang geht. Zumindest in Anwendungen und Spielen sind sie allerdings oft gleich auf, aber Intel ist dann doch manchmal noch schneller. Aber heute mal Threadripper 3000 mit dem 32 Kerner im Test. Ladet euch jetzt World of Warships im Link in der Beschreibung herunter und spielt es kostenlos. Du bist ein neuer Spieler? Registriere dich um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 Euro mit zwei Schiffen, sieben Tage Premium, 200 Dublonen und 2,5 Millionen Credits zu erhalten. Also es gibt als erstes nur zwei CPUs, den 24 Kerner und 32 Kerner, aber vielleicht gibt es ja später noch was Größeres. Da muss man dann mal sehen, was da noch kommt. Wäre auf jeden Fall interessant, aber ich denke mal, 32 Kerner sind schon in den meisten Fällen mehr als genug für den Großteil der Anwender. Allerdings wird hier wohl eher die meisten der Preis erstmal abschrecken, denn der kleinere der beiden, der 24 Kerner, liegt bei 1400 US-Dollar. Wie viel das letztendlich in Euro ist, das wird sich dann noch zeigen, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und der große bei 2000 US-Dollar. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment ziemlich viel. Man muss aber bedenken, dass bereits der kleine Ryzen 3950X, also klein in Anfangstrichen, schon den 9980XE teilweise schlägt und da muss man dann erstmal schauen, was dann noch drüber kommt. Da gibt es dann nur noch Intels 28 Kerner und der kostet noch mal deutlich mehr, würde ich mal sagen. Und da ist quasi AMD schon die günstige Variante. Leider haben wir jetzt Intels 28 Kerner nicht da. Das wäre natürlich cool, den dagegen zu vergleichen, aber das haben wir leider kein Sample bekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die CPU auch ein bisschen teurer ist, heißen wir mal. Und deswegen vergleichen wir die CPUs heute mal bei der Anwendung gegen 9980XE, weil das ist eben das Schnellste, was wir aktuell haben. Und gegen den 9100K beim Gaming, denn diese CPUs sollen auch wieder gamingfähig sein, beziehungsweise besser fürs Gaming. Beim 2990WX gab es ja so ein paar Probleme, was das Spielen angeht, denn deswegen auch das WX-Innamen, das heißt Workstation und ja, das ist bei den CPUs weggefallen. Warum? Ganz einfach. Spieltauglichkeit ist hier wieder vollgegeben und sie sollen fast genauso schnell sein, wie die normalen Ryzen 3000 CPUs. Das schauen wir uns natürlich ebenfalls an. Außerdem natürlich die Anwendung, was für die meisten, die das kaufen werden, vermutlich wichtiger sein dürfte. Um erstmal die Spezifikationen zu klären, beim kleineren 24-Kern 48 Threads, ich muss das jetzt leider ablesen, aber kann ich mir nicht alles merken. 3,8 GHz Basistakt und 4,5 GHz maximaler Boost-Takt. Das heißt, auf einem Kern wissen wir, das ist nicht immer hundertprozentig sicher, dass man das bekommt. 280 Watt TDP. Ja, das ist mehr bei Threadrapper 2000, da waren es ja bis zu 250 Watt und da gab es bei vielen Mainboards schon Probleme. Weshalb? Wir hätten jetzt auch einen neuen Sockel mit neuen Mainboards haben. Wir haben jetzt TRX 40 und da gibt es auch, wir haben zwei neue Mainboards gekommen, es gibt aber noch mehr, die jetzt eine deutlich verbesserte Spannungsversorgung haben und damit auch kein Problem mehr darstellen sollte, um diese CPUs zu betreiben und deswegen, ja, deswegen wie gesagt der neue Sockel, damit man eben die CPUs auch nicht auf den alten Boards betreibt, denn da würden die glaube ich ja nicht mehr so gut funktionieren. Zusätzlich der neue IO Hub, der jetzt auf dem X570 basiert, nur eben etwas ausgeweiteter und ja quasi jetzt auch neu ist. Natürlich 7 Nanometer, kennen wir ja von Ryzen 3000, das haben ja alle und der größere liegt bei 32 Kern und 3,7 GHz Basistakt, ebenfalls 4,5 Boost und ebenfalls 280 Watt. Das heißt, der taktet dann etwas niedriger, weil er natürlich die TDP begrenzter ist. Könnte allerdings sein, dass diese CPU dann noch ein bisschen kühler bleibt. Wir werden uns heute allerdings nur mit dem 32 Kerne beschäftigen. In unserem Test in der Beschreibung findet ihr allerdings auch noch was zum 24 Kerner. Interessant wird es beim Cache. Wir haben bei beiden Prozessoren 128 MB Cache, was muss man wirklich sagen, ist eine Menge. Unterscheiden tun sich die nicht wirklich. Also wir haben hier ein bisschen weniger L2 Cache, macht aber nicht wirklich einen Unterschied. Das liegt einfach daran, dass es weniger Kerne sind, also zu vernachlässigen, aber ansonsten ähnliche Cache-Größen und ja. Interessant bei den Spezifikationen ist allerdings noch, dass die Speicherunterstützung ähnlich wie bei den normalen Ryzen 3000 Chips ist. Das heißt, ihr könnt den FCLK getrennt übertakten und ihr könnt somit hohe Speichertaktdaten fahren. Also 4.000 MB und mehr ist kein Problem und selbst bei Svetropa ist das dann immer kein Ding mehr. Das war's zu den Spezifikationen. Kommen wir mal zum Overclocking als erstes. Interessanterweise verhält sich das wirklich sehr ähnlich zum 3950X, also zu den normalen Ryzen Prozessoren, denn ist ja auch Ryzen 3000. Man muss allerdings sagen, man braucht schon wirklich eine stabile Kühlung und ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr so eine CPU plant, zu kaufen. Luftkühler ist eine schwierige Sache. Ich bin zwar kein Freund von All-in-Wall Wasserkühlung, aber hier empfehle ich euch eine All-in-Wall mit einer großen Bodenplatte, denn diese kleinen Bodenplatten bei den All-in-Walls, die haben hier schon echte Probleme. Wir haben in unserem Test mit dem freigeschalteten TCP teilweise über 80, 85 Grad gesehen und mit einer größeren Bodenplatte war es deutlich reduziert. Da waren es vielleicht 70 und das ist auf jeden Fall schon eine deutliche Verwässerung. Deswegen würde ich euch sowas auf jeden Fall empfehlen. Wie es mit Luftkühlern aussieht, haben wir bisher noch nicht getestet, weil einfach die All-in-Walls die besten Ergebnisse lieferten, auch schon bei den älteren Threadripper CPUs. Was die Leistungsaufnahme angeht, haben wir im normalen Zustand, wenn ihr alle Standardeinstellungen im BIOS ladet, dann habt ihr eine TDP, die limitiert ist bei 280 Watt. Also 280 Watt ist dann begrenzt und da geht ihr auch nicht drüber, auch nicht in Prime oder irgendwas, dann senkt ihr halt die Taktraten, so dass ihr auf dieser Wattzahl bleibt. Wenn wir jetzt allerdings die Limitierung rausnehmen, das heißt im BIOS einfach Limits 999 eingeben und dann zum Beispiel Cinebench starten. Bei Cinebench landen wir schon bei 400 Watt allein von der CPU, wenn wir das zum Beispiel in HEW Info auslesen. Und wenn wir Prime starten, sind wir sogar bei über 530 Watt und das endet dann in ungefähr 720 Watt Leistungsaufnahme von der Wand oder aus der Steckdose, was wirklich krass ist für nur CPU-Last. Und das ist nochmal der Stockbetrieb. Beim OC-Betrieb sind es in Cinebench nochmal über 630 Watt, also da sind es nochmal 100 mehr als beim Standardbetrieb. Prime habe ich da allerdings nicht getestet, dafür war einfach die Kühlung nicht gut genug, trotz unserer All-in-One Wasserkühlung. Da bräuchte man dann entweder Custom oder halt noch was Extremeres. Ja, zu den Taktraten, wir haben bis zu 4,4 GHz erreicht ungefähr bei 1,4 Volt. Höher wollten wir jetzt nicht gehen, vor allem weil die Temperaturen noch irgendwann Schluss gemacht haben. Und AMD empfiehlt maximal 1,35 für Ryzen 3000. Das heißt, maximal sichere Spannung 1,35, die ist etwas reduziert worden von Ryzen 2000. Da waren es noch 1,425 und ist jetzt durch die 7 Nanometer eben ein bisschen weniger geworden. Aber selbst mit 1,35 Volt haben wir 4,3 GHz erreicht, was in Cinebench deutlich über 18.000 Punkte rausbringt. Und unser Maximales, was wir geschafft haben, waren in Cinebench A20 19.200 knapp. In Cinebench A15 waren es dagegen 8.600 ungefähr. Also das ist auch schon wirklich beeindruckend. Und man muss sagen, es ist fast das Doppelte wie der 350X. Das heißt, Skalierung bei Kern ist ja extrem gut. Gleiches gilt interessanterweise für Premiere. Da hat es wirklich gut funktioniert, anderes als wir erwartet haben. Denn Premiere ist ja bekannt dafür, dass es extrem gut auf Intel CPUs läuft. Und ja, das war bisher auch immer so. Allerdings mit den neuen 30-Bit CPUs läuft es ja genauso gut wie auf Intel. Das heißt, wir haben den 32 kleiner genommen und den mal gegenüber einem 9980XE gestellt. Und wir haben knapp die Hälfte der Zeit gebraucht nur. Klar, bei gleichen Taktraten in etwa. Und ja, aber man kann sagen, die Hälfte der Zeit ist da wirklich eine krasse Verbesserung. Wir haben bei einem 4K-Video H265 statt 11 Minuten knappe 5,5 Minuten gebraucht. Also das ist, ich muss es immer wieder sagen, beeindruckend, dass das jetzt auch so gut funktioniert. Beim 2990WX zum Beispiel war das ja eine Katastrophe und es hat gar nichts funktioniert. Also das ist nur langsamer geworden. Ich habe es selbst ausprobiert, aber es hat wirklich keinen wirklichen Sinn gemacht. Das einzige Videobearbeitungsprogramm, was da schneller gewesen ist, war DaVinci Resolve. Und ja, damit zu arbeiten ist halt nicht ganz so einsteigerfreundlich wie mit Premiere zum Beispiel. Das sollen erstmal unsere Anwendungsbenchmarks gewesen sein. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut hier einen Link in der Beschreibung. Da ist der Test drin zu den CPUs. Da sind auch nochmal mehr Benchmarks drin. 7-Zip zum Beispiel oder H264-Encoding. Ja, wer da mehr lesen will, schaut da rein. Jetzt kommen wir mal zu den Benchmark-Ergebnissen in Spielen. Denn das ist ebenfalls interessant. Wir haben hier fast die gleiche Performance wie ein 350X. In den meisten Spielen ist es eben ein bisschen langsamer als ein 9100K. Das ist nun mal gegeben. Da haben wir einfach keine Chance gegen den hohen Takt. Und das haben wir auch schon beim 350X Video gesehen. Das ist einfach ein bisschen langsamer, ist allerdings nicht drastisch. Es gibt natürlich auch Spiele, wo die CPU schneller ist. Denn in Counter-Strike Global Offenses zum Beispiel ist es sogar schneller als 9100K. Also in Spielen ist eine Workstation-CPU schneller als 9100K. In dem Spiel zumindest. Das gleiche kann natürlich auch bei anderen Spielen auftreten. Nur ist es bei den meisten so, dass dann doch der 9100K schneller ist. Was aber denke ich mal vollkommen okay ist. Da, wenn man so eine CPU verbaut, ehe das meiste meistens etwas rendert oder sonst irgendwas. Natürlich kann man dann nebenbei auch noch gut spielen. Ich glaube aber kaum, dass sich ein purer Gamer so eine CPU holen wird. Außer man hat vielleicht zu viel Geld oder so. Ja, kommen wir zum Fazit. Das ist natürlich die schnellste CPU, was Rendering angeht, aktuell. Das ist keine Frage und das ist Punkt. Also da gibt es auch kein Wenn und Aber. Das Problem ist allerdings, für wen ist diese CPU sinnvoll? Denn die meisten, die wirklich 4K-Video schneiden, denen würde auch ein 350X reichen. Denn die Exportzeiten sind dort auch schon relativ niedrig und ob es jetzt 5 oder 10 Minuten sind, gut, bei größeren Projekten mit 8K zum Beispiel, da macht das dann schon wieder einen Unterschied. Und da ist aber dann allerdings der Preis auch kein Argument. Das heißt, diese Videoproduktionsfirmen, die kaufen das, was am schnellsten ist und denen ist der Preis auch egal. Und davon wird auch wahrscheinlich keiner diese Videos sehen. Deswegen, es geht mir eher um euch, was ihr denn kaufen würdet. Und ich glaube, da sind nur sehr wenige dabei, die so eine CPU nutzen können oder eben auch für die es sinnvoll ist. Vor allem, wenn man den Preis sich anschaut. Natürlich gibt es auch andere Optionen. Man kann jetzt durch die größere Plattform bis zu 64 PC-Express Lanes, 4 Grafikkarten oder extrem viele NVMe-SSDs haben. Da ist allerdings auch die Frage wofür. Multi-GPU wird kaum mehr unterstützt und SSDs, ja gut, ob man jetzt von der normalen M.2 PC-Express 4.0 SSD noch einen Unterschied merkt zu zwei Stück, das bezweifle ich extrem. Von daher glaube ich, da ist auch kein großer Sinn. Natürlich, wenn man sich jetzt wirklich extrem krassen Gaming-System aufbauen möchte, mit dem man streamen möchte, Videos rendern, wenn ihr YouTuber seid oder was weiß ich, oder keine Ahnung, dann ist das vielleicht eine Option, aber für den normalen Nutzer wahrscheinlich eher weniger. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen aufklären, was die CPUs denn so können, beziehungsweise eben der 32-Kerner, den anderen, gibt es wie gesagt in der Link in der Beschreibung, haben wir noch ein paar Benchmarks dafür. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!